Jean-Luc Ador, erster Tag jetzt hier in der neuen Legislatur. Ist das ein spezieller Tag für Sie? Ja, ein wenig speziell, aber nicht so speziell wie vier Jahre vorher. Wo wollen Sie Akzente setzen in den nächsten vier Jahren? Was ist jetzt Ihnen wichtig? Also mein Ziel generell ist, mich für unsere Leute zu engagieren. Ich meine für die Walliser, für die Schweizer. Was ist das wichtigste Dossier für Sie jetzt aus Sicht des Wallis in den nächsten Jahren? Was meinen Sie, was wird das wichtigste Dossier sein? Ja, es gibt ziemlich viele. Leider würde ich sagen, zum Beispiel Handplanung. Aber für heute, die Weinbauer sind auf der Strasse. Und ich glaube, wenn ich sage, unsere Leute zuerst, es ist auch und für heute die Weinbauer, die viele Probleme haben und noch haben werden. Ein wichtiges Thema ist ja auch die EU und die Schweiz. Wird es da irgendeine Lösung geben in den nächsten Jahren? Was meinen Sie? Ja, das ist klar vielleicht die wichtigste Sache in den nächsten Jahren. Also die Lösung ist, also den Mut der Unabhängigkeit zu haben oder wiederzufinden. ein. Das ist das. Wir werden das. Das ist das. Daher ist das. Vielen Dank.